Ich geh mal hier raus. So, den Rest mit dem Vorschlaghammer. Popong! Immer nur so viele. Cool! Zombie schlechter. Jetzt nochmal zurück. Möp, möp. Loslassen, Party-Time. So, hier haben wir noch einen Kombi-Plan. Der wird doch gerade hier angezeigt. Jipp. Keine blöden Überraschungen mehr. Äh, Monitor. Hey, ist das eine Pringles-Dose? Ich hab Bock auf Chips. Hey yo, durchgekölter Typ beim Waffenladen in Engelton auf dem Dach. Vielleicht will er springen. Vielleicht will er springen. Nee, den will ich nicht. Mit dem Bagel. Hab dich gehört. Shit, ich muss schnell machen, bevor die hier reinkommen. Nimm den Bagel, mach Happa, Happa und dann sind wir weg. Friss! Ah! Der gute Monitor. Boah, voll hier in die Wand. Nämlich kann man gut die Tapeten streichen, finde ich. Sieht alles eh so blöd aus und so. Richtig langweilig. So, hier soll der auf dem Dach sein, oder so. Ja, klar. Ja, nee, er hat ein tolles Ende ereignet. Ich glaub, der ist tot. Nee, nee, nee. Hier komm ich nicht aufs Dach. Sunset Hills Inn, da können wir es mal versuchen. What the hell, hier kommt Musik? Da will ich mal reingehen. Ich glaub dir. Was machst du denn hier drin? Du wirst noch erfrieren. Glaubst du, das weiß ich nicht? Halt's Maul, ich hatte Schiss. Was sollte ich tun? Hey, ich weiß, das ist schlimm, aber versuch erstmal dich zu beruhigen und dann... Beruhigen? Was faselst du da? Wir werden alle draufgehen. Oh Gott, ich will nicht sterben. Ich mochte Basejumping, okay? Glaubst du das? Ich mochte den Rauschen. Aber jetzt ist mir das zu viel. Ja, irgendwann ist nochmal genug. Hör mal, sterben wirst du hier drin auch. Wer Basejumping macht, hat doch wohl genug Mut, sich dem zu stellen, was da draußen ist. Moment, bloß eine Hände. Ich habe Pläne für so eine Art irre Kombi-Waffe gefunden, aber ich kann nicht klar denken, ich pack's nicht. Moment, Pläne? Für eine Art Kombi-Waffe? Hör zu, vielleicht kann ich dir helfen, wenn du mir diese Pläne zeigst. Echt? Würdest du? Ich brauche einen Fleischerbeil und eine Motorsäge. Damit könnte ich mich da draußen verteidigen. Fleischerbeil und Motorsäge, okay. Ich werde mal gucken, wo ich die Hände finde. Ich komme dann nochmal zurück. Ah, nochmal zurück zur Planierraupe. Oder Dampferlz, das ist auch ein guter Name. Ich habe fast vergessen, ich habe lange nicht mehr gehört. Oh, da hinten haben wir es wieder. Hier ist noch ein Kombiplan, der liegt da auf dem Tisch. Das muss ich nur schnell machen, bevor die ganze Meute kommt. Renn! Ich finde das trotzdem scheiße. Ein blanker Kopf. Ich gehe kaputt. Setz dir den auf. Setz dir den auf. Aber der muss behalten werden. Tozender Donner. Was brauche ich dafür? Blanker Maske und eine Batterie. Batterie, Batterie, Batterie. Pizza, Pizza. Pizza, Batterie. Das ist doch eine Batterie. Oh, kacke. Oh, kacke. Wenn die hier reinkommen. So, Tozender Donner. Das ist Blanker am besten kann. Ordentlich schocken. Und was kann ich damit jetzt machen? Tozender Donner. Okay. Alter. Den kann ich unter Strom setzen, aber mehr auch nicht. Lass dir einfach mal auf. Wie geil ist das denn? Ich liebe Blanker. Das ist der lameste Charakter in Street Fighter, finde ich. Was? Oh, ich bin jetzt da aufgehoben. Oh, ich kann das Ding fliegen. Jetzt habe ich schon weggeworfen. Ah ja, erst mal in Ruhe essen. So lecker hier. Oh, es sind mal ein bisschen viele. Ah, ich schockte die mit meinen Angriffen. Ist aber nicht so effektiv. Na, geht so, ne? Tausend getötet. Blanker geht's weiter. Platz da. Du, 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 du. Wegekickt. Das ist er. Wie zerstöre ich den denn? Ich habe nichts wirklich zum Schießen. Oh, Molotow, ja. Das geht. Weg hier. Oh, ich kann da nicht durch. Man kann nicht wirklich drehen mit dem Teil. Das ist sicher. Müssen wir auch gar nicht. Einfach durch. Platz. 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 Holy shit. Holy shit. Sehe ich da richtig? Schnell einen Kombiplan holen. Mini-Motorrad. Was brauche ich dafür? Eine Dampfwalze und eine Limousine. Nee, nee, nee. Motorrad und Sportmotorrad. Ist doch beides hier. Ihr geht mir auf den Sack, Leute. Das gibt's doch nicht. Kick in die Fresse. Oh mein Gott, holl ab. Blut verschmiert. Geht doch. What the fuck? Warum will man so ein kleines Ding fahren? Guck mal ein bisschen hier den Hügel hoch, ne? Da fliegt ein Zombie aus dem Maul. Faceplant. Kommt direkt in der Top 10 auf YouTube. Ach, das ist doch mal ein Scheißteil zu steuern. Aber witzig. Ich lasse das Ding gleich liegen, weil... Das ist nicht wirklich schnell. Und ich muss da drüber abkommen. Und da sind ziemlich viele Zombies. Ach, so witzig das Ding auch ist. Beschütze tut es mich irgendwie auch nicht. Gib mir den Lamborghini. Oder was auch immer. Boah, das Ding ist ab. Muss es auch für so eine Karre. Oh, das stimmt jetzt nicht. Aber pervers dumm. So, einfach mal durch. Oh, zerquetscht. Ne, hier muss ich gar nicht hin. Was für ein Lautsprecher? Ich hab noch einen Molotow. Das weiß sogar. Was sieht's aus? Ich gehöre. Punkte einlösen. Waffenbauplänen. Fahrzeugbaupläne. Essensrezepte. Hm, da muss ich Kombinungen erst finden. Okay. Was nehmen wir denn? Das kriegen wir erst mal bis Level 50. Was weithin? Ähm. So, die Kombikategorien haben wir erst mal genug geupgradet. Nehmen wir mal Leben. Davon haben wir ein bisschen wenig. Ah ja, wir fahren einfach mal. Nö? Scheiße, das sind noch viele mehr. Kein Bock auf euch. Keine Nacht. Ich zieh weg. Lustig, dass ich sogar durch kann. Rein da. Boah. Du wolltest nicht schon mit dem Sportwagen hier durchrasseln. Das ist nett. Da war eine Sprungschanze. Voll. Oh shit. Holy shit. Wo ist das denn? Ja. Das lief semi-optimal. So, was geht? Mach den Anschein, oder? Ich hab nicht wirklich Waffen dabei. Außer dem blanker Kopf. Blankern wir den ein. Zappel, zitter, zappel. Au. Genau wie blanker geht auch noch ein Jocke. Das ist geil. Body Slam. Boah. Super geil. Das ist geil. Schock. Body Slam. Okay. Ich muss aber weiter. Nichts da. Das Fahrzeug. Kommen wir gerufen. Warum behält der den blanker Kopf hier auf? Das ist epic. Ah. Kann ich hier durch? Ne. Nichts da noch was. Bike ist epic. Was mache ich denn jetzt? Karte gucken. Bin hier voll in der Nähe. Genau dahinter muss ich durch. Fuck. Ich hätte da hinten abbiegen müssen. Oh, 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 oh. Schau, wie ist hier nochmal weg? Ja. So, biegen wir da hinten ab. Irgendwo hier. Moment, Karte. Ich bin weitergefahren. Ich muss viel weiter zurück. Ja. Da muss ich irgendwo durchkommen. Weil ich glaube, die Straße ist gesp... Ah, da runter. Da könnte ich drüber klettern. Oh, oder auffahren. Geht doch. Und zwar schnell. Soll ich abbiegen? Jo. Kann dir nicht helfen. Sorry. Hier rum. Hier waren wir doch schon irgendwie. Alles sieht so gleich aus. Zombie-Kündling-Fest. Shit. Irgendwo hier im Hof oder so. Ja, klasse. Das Ding kann ich jetzt stehen lassen. Das Ding ist geil. Wo ist es sein? Fuck. Wo ist die Kanalisation? Hier rum. Das ist richtig. Okay, drin. Und dann trinke ich einen Whisky. Geh weg. Geh weg. So sieht's aus. Alter, gib mir die Fungstatue. Das ist so ein Kampf mit der Steuerung teilweise. Boah, ist das düster. Egal, Taschenlampe brauchen wir nicht. Das sind viele. Und die noch teilweise leben. Scheiße, Brot des Zombrex. Ey. Genug. Genug. Genug, genug, genug. Ey, schockt die Scheiße. Geh aus euch raus. Nein, das Ding ist kaputt gegangen. Jetzt hab ich ein Problem. Ja. Ach, die Zementsäge, die rettet mich. Ja. Dunkel, aber egal. Durchmärzeln. Oh. Mein. Gott. Ich seh nix. Boah, hier hätte ich schön shoppen können. Muss auch so gehen. Oh, oh, die Säge ist hin. Ich komm hier nicht durch. Noch ein bisschen. Geh hoch. Boah, hab ich Glück gehabt. Kommen die Pläne? Lassen wir nicht liegen. Elektro-Crusher. Eiserne Maria. Football- und Bowie-Messer. Und... Elektro-Crusher. Der hört sich gut an. Oh, 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 oh. Oh, Gott. Hoffentlich kommt die Meute hier nicht komplett hoch. Oh. 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 So, war nur Batterie und Vorschlaghammer, ne? Unten lag einer so ein Kack. Da haben wir schon mal Bowie-Messer. So, was war das nochmal? Ah, Waffenbaupläne. Vorschlaghammer, sag ich ja. Vorschlaghammer. Granate. Granate. Meakon Hose. Schick. Ne, leider ist hier kein Vorschlaghammer. Egal. So. Ah, haben wir jetzt mal aufgehoben? Das Bowie-Messer. Ich brauche ja noch die Sterne. Football. War das... Was war das jetzt nochmal? Scheiße. Football- und Bowie-Messer. Alles klar. Ah, kombinieren. Das Ding können wir sicher werfen oder so. Ja, davon haben wir fünf. Fuck yeah. Dann gehen wir mal hier rein. Suchen wir nach Saison-Bracks.